Hallo, mein Name ist Slinky. Ihr hört meinen Podcast Ultra Wrestling und heute ist der 18. Oktober 2024. Heute mal ohne Intro. Die Sprecherin, die Frau, ist leider auf einer Antisexismus-Debatte und deshalb geht es ohne sie weiter. Das tut mir voll leid. Jetzt stelle ich euch erstmal meinen Sponsor vor und der heißt Polter Finance. Ihr wollt nicht mehr kleine Zinsen auf eurer Bank bekommen, sondern eure eigene Bank sein, Stablecoins und Krypto verleihen und euch ausleihen, dann seid ihr auf Polter Finance richtig. Geht einfach auf die Website polter.finance und ihr könnt eure eigene Bank sein. Meine heutigen Themen sollen sein, einmal Hitlergrüße im professionellen Wrestling. Ist das ok oder ist das nicht ok? Und dann der zweite Teil, die Ereignisse um Martin Guerreiro, der sich wohl in seinem YouTube-Video etwas verquatscht hat und sehr kontrovers verquatscht hat und damit auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Also einfache Frage, sind Hitlergrüße im professionellen Wrestling ok oder nicht ok? Eine ganz einfache Antwort. Das kommt darauf an, in welchem Kontext und im richtigen Kontext sind Hitlergrüße im professionellen Wrestling total in Ordnung. Wir müssen bloß auf die Filmwelt schauen, wo Geschichten im Nationalsozialismus stattfinden und da trägt auch jemand, also ein Schauspieler trägt eine Hakenkreuzarmbinde und zeigt einen Hitlergruß. Da darf man natürlich den Hitlergruß auch verwenden. Allerdings gibt es in Deutschland eine Zensur und zwar, man darf sich da nicht positiv, also die Geschichte darf sich nicht generell positiv auf den Nationalsozialismus beziehen, sondern der sollte halt, also klar, Filmwelt ist auch politisch, da muss sich gegen Nationalsozialismus mit der Geschichte positioniert werden. Das heißt, sehr wahrscheinlich dürfte der Nationalsozialist, der der Hitlergruß zeigt, der Antagonist sein und am Ende sollte klar sein, dass Nationalsozialismus schlecht ist. Und wenn es in der Filmwelt funktioniert, warum sollte das nicht in anderen Unterhaltungsformen wie Musik oder wie professionelles Wrestling funktionieren? Dafür muss es Teil einer Geschichte sein und hier ist es ein bisschen schwierig, weil eigentlich sollte klar sein, dass sich bei dem Gezeigten im Ring, das sich um Geschichten handelt und es sollte auch klar sein, dass im Gegensatz zur Filmwelt oder manchmal wird es auch in der Filmwelt gemacht, dass die Charaktere in dieser Geschichte, dass die auch außerhalb des Rings als real dargestellt werden. Ein großes Problem ist, dass Menschen nicht unterscheiden können, was ist Show und was ist keine Show. Also Reality-TV, da gibt es ja auch ganz viele Zuschauer, die dann gar nicht kapieren, dass der Polizist beispielsweise in der Reality-TV-Show gar kein echter Polizist ist. Oder er ist vielleicht ein echter Polizist, aber die Show ist gescriptet und das, was er tut, ist nicht ganz akkurat, so wie in der Realität. Und das ist auch nicht real passiert. Genau, und so ist es auch in der Wrestling-Welt. Und eigentlich ist es so, dass wir im Wrestling ein geschlossener Kreis sind. Da kommt nicht einfach jemand rein. Und in dem Kreis ist man privat. Da weiß man wirklich, wer er ist. Und bei uns war das zum Beispiel, also letztes Jahr bei Odeon Pro Wrestling, da hat Robert Kaiser eine Geste gezeigt, die den Hitlergruß angedeutet hat. Und manche haben das gar nicht gesehen aus dem Publikum heraus. Und manche haben das gesehen. Manche haben kapiert, dass es eine Andeutung war von den Hitlergruß. Und manche haben das einfach bloß als kurze Geste gesehen, aber da keinen Zusammenhang festgestellt zu einem Hitlergruß. Und letztlich, das Porträt von Robert Kaiser ist schon so in Richtung Wutbürger hingehend. Vielleicht auch AfD-Wähler, der sich daneben benimmt. Und natürlich sagt er das nicht so, sondern dadurch, dass was er tut, kristallisiert sich das heraus. Genau, also eigentlich ist es ja total in Ordnung. Aber da es nicht mehr diesen geschlossenen Kreis gibt, sehen auch viele in dieser Wrestling-Welt gar nicht, dass das eine Rolle ist. Und klar, angelehnt auch an die eigene Persönlichkeit, aber dass der Charakter nicht echt ist. Weil du hast es halt so, wenn du nicht mehr diesen geschlossenen Kreis hast, dann kommt halt jemand mal ein oder zwei Wochen zum Training und ist dann gleich mit dabei in dieser Wrestling-Welt. Und dann, wenn man sich privat offenbaren würde und zeigen würde, man ist ja gar nicht so ein böser Nazi, dann würde diese Person, die neu dazugekommen ist, gleich rum erzählen. Und dann hätte es nicht mehr diesen Effekt. Also es geht ja im Wrestling schon darum, Emotionen zu erzeugen und eine starke Geschichte zu zeichnen, die überzeugend für das Publikum ist. Und wenn dann natürlich irgendjemand, der gerade da reingekommen ist, dann zu viel rumquatscht, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Dann verdient man kein Geld. Und dann ist diese Geschichte auch nicht aussagekräftig. Besonders, wenn eine Geschichte darauf hinwirkt, dass der Nationalsozialismus als etwas Schlechtes dargestellt werden soll und jemand erzählt ist, dann kann es halt auch zum umgekehrten Effekt kommen. Oder sich jemand rechtfertigen muss dafür, dass er kein Nazi ist und die Geschichte aber noch sich abzeichnen muss im Ring. Dann kann es dazu kommen, dass tatsächlich dann auch negative Persönlichkeiten angefeuert werden, weil sie machen ja so eine tolle Show als Nazi oder als Rechter. Und das ist dann auch nicht gut fürs Geschäft und nicht gut fürs Storytelling. Juristisch gesehen ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also unter anderem ein Hitlergruß, verboten, aber das ist eine Straftat. Aber im künstlerischen Bereich ist es halt erlaubt, Zuge des Kontexts der Darstellung. Also es gibt schon eine Zensur, du kannst halt keinen Film machen, der sich positiv, also der am Ende für den Nationalsozialismus sich positiv darstellt. Und genau so sieht es auch bei Wrestling-Matches aus oder Wrestling-Shows. Ja und das war auch mein Kritikpunkt damals gegenüber Robert Kaiser. Beziehungsweise ich habe, also das weiß niemand, dass ich Odeo Pro Wrestling eigentlich gegründet habe mit Jonas Dick teilweise zusammen. Dann ist er wieder weggegangen, wollte nicht promoten und dann, das lief halt ein paar Mal so, wir waren halt Co-Promoter und dann ging es bei mir nicht mehr. Also ich musste mein Geld vor der Inflation in Sicherheit bringen und dann war er halt der Promoter, Jonas Dick und ich bin dann als Produzent verblieben und war da halt im Booking-Team und dann auch im Produzententeam mit vier, fünf Produzenten. Also ich kann ja mal benennen, wer dabei war, also zum Beispiel, ich habe Spitznamen für die Leute, Erik Vogt, der Pitbull, dann Jonas Dick, der Mongo, also ein kleiner autistischer, oh mein Gott, ich sollte es nicht sagen, das ist vielleicht ein bisschen diskriminierend, mein kleiner autistischer Freund. Und dann, ja, oh mein süßer Maulwurf, Hijacker, also er ist schon ein bisschen schwierig, manchmal mault er ganz viel rum, aber nach seiner Maulfase arbeitet er wirklich gut und ja, mein Maulwurf. Und dann, wer war noch dabei? Wir hatten Referee Figo, der war auch im Produzententeam oder ist sogar noch im Produzententeam und, ah, jetzt hatte ich ihn vergessen, Quik, 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 der Rattenjunge Slim Jim. Ja, also Rattenjunge beschreibt Slim Jim wirklich sehr gut. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, da waren wir im Produzententeam und dann, die Kritik ist halt, dass, wenn man sowas Kontroverses macht, also das ist natürlich so, dass das Storytelling im deutschen Wrestling, zumeist ist es bloß im Ansatz vorgegeben, aber ganz oft ist es so, dass die Wrestler ihre Kämpfe selbst gestalten und das, was sie machen und sich dann daraus Geschichten bilden und die dann weitergezeichnet werden von Produzententeam oder meist so ein Gemisch aus Produzent, Booker, Promoter. Und, ähm, da war es halt so, da hätte, äh, Kaiser, Robert Kaiser, wenn er da sowas macht, das einfach vorher absprechen müssen. Also bei so ein, äh, bei so einer Kontroversensache, wo er, ähm, das ist halt auch ein Problem, wenn jemand nicht richtig, oder, ah, nicht richtig ausgebildet ist, das falsche Wort, aber wenn er bestimmte Sachen nicht gelernt hat, dann, ähm, presst er natürlich, ähm, so Punkte einer Geschichte ein, die dann auch positiv wirken können. Also stell dir mal vor, und das ist passiert, ähm, bei Odeo und Pro Wrestling, dass dann ein Nazi beklatscht wird praktisch, also ein rechter Proll, ähm, beklatscht wird, weil das ja so ein tolles Schauspiel ist und, ähm, einfach weil, ähm, ja, die Geschichte nicht richtig ausarbeiten konnte für sich eigenständig und das auch so gar nicht gewollt war von der Promotion. Ähm, beziehungsweise zuerst nicht, ich hab mich halt auch nach der zweiten, äh, nach der zweiten Show von, ähm, der Promotion getrennt und anscheinend arbeiten sie weiter und der Hero, der Held der Geschichte scheint wohl Robert Kaiser zu sein. Ja, ähm, ähm, absurd, absurd, genau. Also man kann viel falsch machen, auch mit so kontroversen Sachen und einfach dann auch viel kaputt machen. Also, ähm, wir hatten eigentlich 24 Shows im Jahr geplant und, ähm, die Locations hätten sich dann auch wesentlich verbessert, aber ihr seht ja, wo das Produkt dann hingegangen ist, also das sind jetzt so 150 Zuschauer, vier Shows im Jahr und da krebeln sie rum jetzt. Ja, und das ist meine Meinung, also wenn Hitlergrüße, ähm, ein Wrestling Ring gezeigt werden, um damit, ähm, eine Geschichte, eine gute Geschichte zu formen, die sich gegen Nationalsozialismus richtet oder gegen einen Idiot, der einen Hitlergrüß zeigt, dann ist es voll gut, wenn aber jemand einfach so einen Hitlergrüß im Ring zeigt, ist es total dumm und ich habe das halt auch schon an anderer Stelle gesehen, wo das wirklich unangebracht war und ich denke, solche Menschen sollten dann, ähm, auch, äh, nicht mehr in den Ring gehen, so. Also, ähm, bei Robert Kaiser ist es aber anders, also er hat versucht, das, äh, richtig aufzubauen und das ist dann halt misslungen und jetzt ist er der, der gute Nazi, aber ich kenne, also ich war seit, bei der German Wrestling Federation habe ich angefangen zu trainieren 2009 und ich glaube erst 2010 oder 11 dazugekommen und ich kenne ihn halt eine Weile, den Robert Kaiser und, ähm, ähm, jetzt mache ich eigentlich das, was, ähm, also, ähm, ich will nicht das Private von jemandem herauskehren, aber ich glaube, er in den sozialen Medien, da sieht man auch einiges Privates von ihnen, also, er arbeitet im Medienbereich, ähm, zusätzlich zum Wrestling und da arbeitet er halt für alternative Projekte, er ist halt auf keinen Fall, ähm, ein Nazi oder zeigt privat irgendwelche Hitlergrüße, ich meine, äh, wie dumm wäre das denn, wenn Leute irgendwie, äh, privat Hitlergrüße, ähm, zeigen und es dann irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, es macht keinen Sinn, also, ähm, ihr müsst es schon im Kontext einer Show sehen und, ähm, leider war das halt seinerseits nicht gut ausgearbeitet und dann auch die Stellungnahmen danach, also, dann würde ich lieber die Heat nehmen, also, ähm, dass man halt, viele wollen halt einfach dann auch nicht ausgebucht werden und wollen dann trotzdem der Held sein, obwohl sie was Schlechtes im Ring gemacht haben, ähm, und dann rechtfertigen sie sich, also, wir hatten zum Beispiel, eine Situation, dass, ähm, wie heißt er, Nikolaus Kluth, Marc Kluth, Nico Kluth, ähm, dass er beispielsweise ziemlich dümmlich dann, ähm, argumentiert hat und meinte, dass, ja, er hatte ja gar nicht richtig den Hitlergruß gezeigt, sondern einen anderen Gruß und dann hat er den beschrieben und das war der ebenso verbotene Kühngruß, Kühngruß, ja, genau, ähm, das gab halt dann noch so einen verbotenen Gruß und dann dachte er ja, wer der Held, dass er das erklärt hat, ist ja gar nicht richtig, aber war ebenso verboten und, ähm, das passieren dann halt voll die dummen Sachen, wenn sich Leute rechtfertigen und das ist mega peinlich, ähm, ähm, genau, ähm, ich meine, Kaiser ist, ähm, auch ihm, weil er kein, ähm, okay, Kaiser ist ein Wichser, das, ähm, also das ist wirklich, er ist wirklich so gut, ähm, auch gegen, gegenüber anderen Kollegen, um, äh, die Geschichten zu schützen und seine eigene Persönlichkeit zu schützen, ähm, seine eigene Wrestling-Persönlichkeit und sein Privatleben, dass er das durchzieht und so sollte es sein und dann sollte er sich einfach nicht rechtfertigen, so, dann, ähm, ja, uns auch, ähm, genau, da Kritik an uns als Promotion damals, ähm, da war es halt auch so, dass das für den Promoter eigentlich gar nicht wichtig war, ähm, was da passiert ist und, ähm, dass er sich total vom Wind mitblasen lassen hat und, ähm, dann halt, ja, wow, ähm, scheiße, wie, wie können wir das machen, dass uns da kein Schaden entsteht, anstatt, äh, zu sagen, ja, scheiße, man, Nationalsozialismus ist kacke, wir machen aber eine Show mit Stories, ähm, wäre ganz gut gewesen, um da einfach gar nichts zu sagen, weil nichts, was da passiert ist, war irgendwie, ähm, strafrechtlich relevant und für das Publikum unverständlich. Du kannst halt auf Wikipedia schauen, dass Wrestling, ähm, zum Teil gescriptet ist und dass es da um Geschichten geht und, ähm, ja, eigentlich richtig gut. Also, ich glaube, mit Robert Großkopf kann man viel, äh, habe ich jetzt Robert Großkopf gesagt? Mit Robert Kaiser kann man, äh, viel Geld verdienen, aber er muss da gelenkt werden unbedingt und sich auch einer Lenkung unterwerfen, ähm, also, ja, geführt werden praktisch und sich einer Führung unterwerfen. Das war nicht witzig gerade, ja. Ich bin beispielsweise ein großer Fan von Hans Herrmann, er hat halt kurz nach dem Krieg, oder, also, boah, das war 50er, 60er, 70er Jahre, da hatte er auch so ein Nazi-Gimmick, aber so total überzeichnet und, ähm, er hat tatsächlich in den USA auch, auch direkt erkennbar an Hitlergruß gezeigt, ähm, ich glaube, heute würde man das nicht mehr so machen, also nicht mehr so offensichtlich, aber diese Figur, äh, war halt super unbeliebt und, ähm, alle haben ihn gehasst und das war halt ein, äh, Mensch, der kein Nazi auch war, ähm, in Deutschland gab's auch ein, ähm, eine Person, fährt gerade seinen Namen nicht ein, der, ach, wie hieß er, fuck, mir fällt es nicht ein, der eine Nazi-Vergangenheit tatsächlich hatte und dann im Nachkriegs-Deutschland auch aufgetreten ist, wobei man nicht weiß, ähm, wie das da wirklich war, also, das kann auch gut sein, dass, ähm, seine Geschichte und, äh, er als Wrestling-Persönlichkeit einfach gut geschützt worden sind und viele kapieren das halt nicht, dass es einfach einen Antagonisten und, äh, einen Protagonisten gibt in einer Geschichte, die sich um Wrestling-Matches dreht, im Unterhaltungsbereich des Pro-Wrestlings und, ähm, das, ja, einer muss halt der Böse sein so, also muss nicht, es gibt auch andere, ähm, diese hier Face-Sache ist halt eine Psychologie von tausenden Psychologien, eine Geschichte von extrem vielen Geschichten, die man zeichnen kann, genau, aber, wie gesagt, also, wenn niemand was Schlechtes macht, dann sind halt alle bloß gut irgendwie, alle Freunde aus der gleichen Wrestling-Schule und dann wird es nicht spannend und, ähm, das muss da jemand sich, also, was Spannendes machen damit, und meist Negatives machen, damit ein Guter kommen kann und das aufklären kann. Ja, wenn du diese Hitze durch, ähm, schlechte Aktionen, also, jemand macht was Böses und dich hasst, dann wird das Ganze halt lauwarm. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Thema und zwar, ähm, über einen Vorfall, ähm, bezüglich Martin Gorego, der hatte halt in seinem Stream gesagt, dass er einen Wrestling-Titel nicht mag, weil er ihn so an, sinngemäß an LGBT erinnert und Wrestling sollte nicht politisch sein, was Oxymoron ist und also, ähm, die Forderung danach, dass Wrestling unpolitisch sein sollte, ist ja schon eine politische Forderung, das ist, ähm, ja, ähm, genau, er meinte dann halt, Wrestling sollte nicht politisch sein und, ähm, sinngemäß, dass er LGBT, also diese Politisierung mit LGBT gar nicht so mag, ähm, das Schwung damit, schwingte, schwankte, ähm, genau, und dann hat er sich versucht, dann in ein Statement rauszureden, was das Ganze dann relativ lauwarm gemacht hat. Ich kenne Martin Guerrero, ähm, nicht privat, aber als Kollege und, ähm, er ist halt ein Wrestler und ein Promoter, hat seine eigene Promotion, Unlimited Wrestling, ähm, ja, also ich kann sagen, dass, dass Martin Guerrero kein aktiver, äh, Anti-LGBT Aktivist ist, ähm, ich glaube, er kommt da mit allen relativ klar, mit schwulen Leuten, mit nicht schwulen Leuten, er selbst hat auch gesagt, mit Trans-Personen, ähm, das nehme ich ihm vollkommen ab, allerdings, ähm, dieses, mitschwingende Anti-LGBT, diese mitschwingende Anti-LGBT-Sache, ähm, das ist tatsächlich ein Problem in der Wrestling-Welt, also, niemand stellt sich hin und sagt, ja, Schwule sind schlecht, oder, ähm, Schwule, also sowas kommt ganz selten vor, ich hab's auch schon mal gehört, aber, ähm, das macht halt keiner auch öffentlich und, ähm, wenn dann ihren verborgen, und es ist tatsächlich so, dass, ähm, Leute, die nicht, ähm, ähm, dem heteronormativen Spektrum angehören, das, ähm, sieht dann tatsächlich auch so hinter vorgehaltener Hand, so ein bisschen weggedrückt, runtergedrückt werden, und, ähm, klar haben das halt schwule Menschen und, ähm, leicht behinderte Menschen, ähm, ich weiß nicht, wie man das korrekt sagt, ähm, Menschen, die halt, ähm, kognitive Probleme haben, die weniger Talent haben, die irgendwelche, ähm, Behinderung haben halt, dass die schon ein bisschen runtergedrückt werden und, ähm, auch in der diskriminierenden Form, das kommt schon vor, ähm, genau, und ich denke, das schwingt auch mit, also, wir haben halt auch diese Banter-Talk, ähm, Kultur, die ist ganz cool, also, da kannst du mal ordentlich die Sau rauslassen, wenn du dich mit, ähm, fünf Testosteron-geladenen Typen in dein Auto unterhältst, aber, letztendlich gibt es dann immer noch zu viele, die dann wirklich daran glauben, dass dieser Locker-Room-Talk, dass das, ähm, dann auch im echten Leben stattfindet und die dann auch über, ähm, wie soll ich das sagen, die tatsächlich dann, ähm, Menschen diskriminieren und, ähm, genau, das ist halt auch eine systematische Frage, also, ähm, Diskriminierung ist halt nicht immer so, ey du schwule Sau, also, ich zitiere, ey du schwule Sau, ähm, du hast dir nichts zu suchen, sondern, ähm, die findet halt, ähm, sublim, halt bloß mit feinen Sinnen wahrnehmbar, äh, statt und auch ganz, ganz kleinteilig, ähm, genau, ich denke, das ist tatsächlich ein Problem, ähm, ich für meinen Teil, ich, ähm, lieber halt auch nicht heteronormativ und, ähm, selbst sich dazu outen sollte halt kein Problem sein, also, beispielsweise, man hat eine andere Lebensweise und erzählt es dann öffentlich, es sollte eigentlich kein Problem sein, ich selbst habe gesehen, dass es ziemlich schwierig ist und dass man, ähm, da auch diskriminiert wird, ähm, wie gesagt, das ist halt, also, das gibt halt dieses stille Rausdringen, ich meine, man sieht an der MeToo-Bewegung, ähm, beziehungsweise dieses Speaking Out war ja im Wrestling, dass sehr viele, die sich da, ähm, mit Substanz geäußert haben, in manchen Fällen, dass die, ähm, dann einfach nicht mehr da sind beim Wrestling, ähm, dass sie halt rausgedrängt worden sind, ähm, gibt es unterschiedliche Gründe dafür, aber das könnte man ja mal auswerten, das finde ich ganz interessant, also, ähm, vor allem finde ich aber sehr wichtig, dass jemand, der einen kleinen Fehler gemacht hat, dass der nicht geschlachtet wird, und selbst wenn, wenn er einen großen Fehler gemacht hat, das, ähm, also diese Boykotts, äh, sind halt auch nicht so toll, ähm, selbst wenn jemand was Schlechtes gemacht hat, sollte er noch immer arbeiten können, so, ähm, das ist halt auch sehr fragwürdig, zumal, wenn jemand tatsächlich eine Straftat begangen hätte, ähm, dann ist es ja so, wo schickt man ihn hin, und zum meisten schickt man ihn dann ins Gefängnis, und das Gefängnis ist ja auch nicht, ähm, so einwandfrei, ist dann halt auch eine systematische Frage, ähm, ich glaube, das führe ich jetzt lieber nicht aus, ähm, genau, ich denke, dass Gefängnis auch in den meisten Fällen den Menschen mehr schadet, auch unbeteiligten Menschen, beispielsweise, hat die EU jetzt eine Verordnung herausgebracht, ähm, dass Kinder von Straftätern, dass die ein Recht haben auf Umgang mit den Gefangenen im Gefängnis, und diese Verordnung, ähm, oder diese Vorgabe wurde halt in Deutschland nicht, ähm, umgesetzt, und das ist tatsächlich schlimmer als, oder nicht schlimmer, ist genauso schlimm, ähm, ich, man kann das nicht relativieren, ähm, ist genauso schlimm wie Kindesmissbrauch, wenn man, ähm, das Kind und den Vater, die gemeinsam sozialisieren, trennt, also da gibt es richtige Studien zu, und das ist wirklich ein Problem, also, ähm, ich denke, dass, ähm, Leute, die, die in Gefängnissen Menschen zuführen, dass die momentan in Deutschland, ähm, selbst Straftäter ähnlich sind, ähm, ja, äh, das muss man mehr ausführen, genau, aber da kommen ja auch, ähm, das stand ja so in dem Raum, dass Martin Guerrego, Marty Skrull, ich kann den Namen nicht aussprechen, ähm, ein Wrestler gebucht hat, der, ähm, mit einer 16-Digen, mit einer angetrungenen 16-Digen Sex hatte, und, äh, dazu muss man sagen, das ist einfach nicht strafbar, und, ähm, das ist vollkommen in Ordnung, also, weiß nicht, wie alt der war, 30, mit einer 16-Digen Sex zu haben, ist legal, juristisch absolut nicht relevant, was relevant ist, war, dass sie angetrungen war, ja, aber auch, das heißt, wenn es irgendwie strafrechtlich relevant wäre, dann wäre sie genauso dran, als Straftäterin. Ich glaube aber, beide, ähm, waren einwilligungsfähig, in dem speziellen Fall, und, ähm, ich halte es absolut nicht für eine gute Idee, ähm, Alkohol zu trinken, wenn man sexuell aktiv ist, weil man kann dann einfach nicht die Konsens, äh, die Zustimmungsfähigkeit von dem gegenüber, über, oder der, äh, Leute gegenüber einschätzen, also kommt drauf an, wie man so drauf ist, ähm, und, das ist halt schwierig, ja, aber ich glaube, da ist eher nichts passiert, also, darum ging es dann auch nicht wirklich, sondern es ging darum, dass da so ein Machtgefälle war, das gibt es auch woanders, also, es gibt, ähm, kleine, ähm, zierliche Frauen, die mit einem riesigen Typ sind, zusammen sind, und da gibt es halt auch ein großes Machtgefälle, ähm, angesprochen wurde da moralischer Kompass, also, ob man das okay findet, wenn ein 30-Jähriger mit einer, obwohl es legal ist, ob ein 30-Jähriger, ähm, wenn ein 30-Jähriger mit einer 16-Jährigen rummacht, so, für mich persönlich ist es nix, aber, wenn es jemand macht, also, wieso sollte er sich an Moral halten, also, eine Mehrheitsmeinung, das gab in den 80er-Jahren auch eine Mehrheitsmeinung gegen homosexuelle Männer, und, ähm, ja, damals wurden, war die Mehrheitsmeinung homosexueller Männer, die, ähm, sexuell aktiv sind mit anderen Männern, dass die pathologisiert werden, dass die psychisch krank sind, oder 20 Jahre früher, in den 1960er-Jahren, war die Mehrheitsmeinung, dass, ähm, diese homosexuellen Männer, wenn sie mit anderen Männern sexuell aktiv waren, dass sie kriminalisiert wurden, und das heißt, man kann sich gar nicht an Moral oder Mehrheitsmeinung so unbedingt messen, sondern seine eigenen inneren Werte ähm, schauen, wie die so sind, und ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn zwei Männer, zwei erwachsene Männer miteinander Sex haben, wobei, ähm, die, und jetzt, das ist sehr kontrovers, ähm, Teil der LGBT-Bewegung, ähm, die Martin ja, ähm, kritisch sieht im Wrestling, ähm, ähm, ein Teil davon, äh, gehört auch einer Pädo-Bewegung an, ähm, und das kommt tatsächlich daher, dass, ähm, ein asymmetrisches Schutzalter gab, beispielsweise in Österreich, das heißt, dass, ähm, ähm, das damals legal war, wenn, ähm, erwachsener Mann mit einer 16-Jährigen zusammen Sex hatte, aber es nicht, äh, legal war, wenn ein erwachsener Mann mit, ähm, ein 16-Jährigen jungen, also, oder ein 16-Jährigen heranwachsenden Sex hatte, und, also, da gab es unterschiedliche rechtliche Regelungen, das heißt, ähm, da war das, bei, bei homosexuellen Menschen war das Schutzalter 21, und bei, ähm, heterosexueller Sexualität war das Schutzalter, ich glaube, bei 16, es kann aber auch 14 gewesen sein, mit Einschränkung natürlich, aber 16 war, glaube ich, das Schutzalter, und dadurch hat sich halt ergeben, dass viele homosexuelle Männer, dass die, obwohl die mit, also, beispielsweise ein 23-Jähriger mit einem 20-Jährigen, die wurden kriminalisiert, obwohl bei Heterosexuellen das total in Ordnung war, im gleichen Zeitraum, und dadurch sind halt viele homosexuelle Männer aus der LGBT-Bewegung in diese Pedro-Bewegung, und diese pädophilen Bewegung reingekommen, und das zum Beispiel auszuschließen, ähm, oder gar nicht zu sehen, was halt ganz viele Kritiker von Martin-Gorrego, äh, Martin-Gorrego, jetzt habe ich die beiden Namen vermischt, ähm, die haben das gar nicht thematisiert, und, äh, es gibt durchaus auch kritische Stimmen an LGBT-Bewegung, ähm, ähm, ja, ähm, was für ein Thema, da kann man sich auch guten Eilen legen, also, wenn man darüber redet, und das, was Martin-Gorrego gesagt hat, Wrestling hat, äh, sollte mit Politik nichts zu tun haben, das hat er, glaube ich, nachgequatscht, also, ähm, man merkt ja auch an seinem Statement, dass er da auch so dümmlich argumentiert hat, und, ähm, das ist halt auch, das liegt an der Ausbildung und wie man reinkommt, er ist halt ziemlich schnell reingekommen ins Wrestling, weil er, ähm, eine Reichweite hatte, und, äh, viele Leute angezogen hat, ähm, aus dem YouTube-Bereich, und, ähm, dann ist er so ins Wrestling gekommen und hat sehr schnell dann was Eigenes aufgebaut, und hat aber nicht die richtige Ausbildung genossen, ähm, das ist natürlich auch problematisch, also, ähm, dann quatschen halt, also, du kannst halt, ähm, jemand anderes glauben und danach quatschen oder die Erfahrung selbst sammeln und, ähm, ich glaube, Martin Guerrero macht gerade beides durch, aber, ähm, was damit gemeint ist, so, man sollte vorsichtig sein, politische Inhalte in, ins Wrestling oder Unterhaltungsbereich zu tragen, ist, äh, das, dass du mit deiner politischen Meinung, wenn du die äußerst, kann es halt sein, dass jemand eine andere politische Meinung hat und du den damit vor den Kopf stößt und dann weniger gebucht wirst einfach, also, wenn ich jetzt sage, hey, ähm, ich bin der libertäre Slinky und da ist jemand, der aber so total staatstreu ist und der mag libertäre Menschen absolut nicht, dann sehr wahrscheinlich bucht er mich nicht. Bei, oh mein Gott, mein Wecker, bei, wie, wie amateurmäßig, ähm, ja, beispielsweise, ähm, es gibt auch muslimische Promoter, die halt mit, ähm, homosexuellen Menschen in ihrem privaten Umfeld nicht so viel anfangen können, also, damit sage ich nicht, dass diese Promoter sich irgendwie, äh, abfällig äußern oder so, sowas habe ich nicht erlebt, sondern, ähm, dass sie einfach nichts zu tun haben, ähm, also, ähm, mit ihrer Lebensweise und sich da abgrenzen und ihr eigenes Leben leben, aber selbst, ähm, ähm, professionellen Bereich, im Wrestling, dass sie dann trotzdem, ähm, schwule oder lesbische Wrestler buchen und, ähm, ich habe da nie irgendwie gehört, so, jetzt, den will ich nicht buchen, weil der schwul ist oder so, sowas, ähm, gab's nicht, ähm, ich habe ja gesagt, habe ich gesagt, mit Hijacker habe ich zusammen, ähm, jahrelang im Produktionsbüro der German Wrestling Federation gearbeitet und da habe ich sowas nie gehört, was es halt gibt, ist ein sich anbiedern an die LGBT-Bewegung, weil es gerade im ist, dass da was gemacht wird und, ähm, auch bei dieser Frauen, bei diesen reinen Frauen-Shoes, also da gab's, ähm, ich habe das gehört, ähm, da gab's halt Leute, die etwas mit organisiert haben, die sich sehr schäbig, ähm, auch abseits des Banter-Talks, also tatsächlich real, äh, schäbig über Frauen, ähm, sich geäußert haben und das auch meinten, also das nicht irgendwie so ein, ähm, was auch immer war, sondern, dass die es auch meinten und dann, ähm, da so auf, äh, Frauenrechtler gemacht haben, ähm, das ist ganz schwierig, also, ähm, ja, genau, jetzt habe ich genug geredet, also ich glaube, ähm, Martin Guerrero ist kein Anti-LGBT-Typ, sondern, ähm, ist halt ein ganz normaler, ähm, Typ, ein ganz normaler Wrestler, der halt, sich noch klar werden muss, über Storytelling auch, Robert Kaiser genauso, ist kein Nazi, aber, ähm, da werden halt Fehler gemacht, darüber sollte man, glaube ich, auch reden, öffentlich, ist ganz cool, aber, die Leute, also die beiden Leute, die ich gerade erwähnt habe, haben absolut keine, ähm, haben, ähm, sind keine schlechten Leute, so, was will ich dazu sagen, ja, ähm, dann wünsche ich euch viel Spaß, habt euch mal lieber, lieber Viet, habt euch mal wieder lieb, ähm, bis zum nächsten Mal, so, am Ende muss ich aber noch sagen, ihr solltet wirklich auf Polter, ähm, Polter.finance gehen, Polter.finance, da könnt ihr, äh, Stablecoins verleihen und euch selbst borgen und damit Profit machen, sehr viel Profit, ähm, es gibt halt sehr hohe Zinssätze, ich glaube, ähm, 40%, ähm, also das ist auf der Phantom Blockchain und auf der Base Blockchain und ich glaube, auf der Base Blockchain sind es, glaube ich, 150%, was man mit dem Verleihen von Stablecoins gerade verdienen kann, äh, auf Phantom ein bisschen weniger, weil das schon etabliert ist, aber ihr könnt ja gutes Geld verdienen und wirklich reich werden, also geht auf polter.finance und macht eure Geschäfte, seid eure eigene Bank.